Roberto, ich habe bei dir den Eindruck, bei dir sieht Altwerden so leicht aus. Ist es auch. Und soll auch so sein. Für alle. Ich meine, wir werden alle alt. Es ist nicht etwas, wo du sagst, er darf alt werden und der andere darf nicht alt werden. Jede kommt mal dran. Also, dann nehmen wir es leicht. Was habe ich davon, wenn ich jeden Morgen aufstehe und anfange zu schauen, oh, ich bin... Nein. Man muss positiv sein und das Leben genießen. Ich zeige halt, wie alt man ist.